Ja, Kastration, Sterbisation und dergleichen. Da könnte ich ja auch sagen, ob jetzt da ich mal die Katzen, wenn die es mit einer Katzenhilfe kriegt, im Bäm-U-D-E-Klubs oder sowas. Das muss ja auch nur Blut haben, das ist ja auch eine Ultraschall. Notfalls, ich weiß nicht, ob du noch bei den Katzen was gibst mit der Blutnissung, ob so dann auch sie, dass sie irgendwie krebserregend Blut sind oder sowas. Niko, essen?